Ich bin Aurora Rehens. Und ich bin Taki. Wie dramatisch wir uns gerade in die Augen schauen und wie lächerlich das ist, dass wir dramatisch in die Augen schauen. Und dann irgendwie immer, wenn man etwas verändert, ist es so, okay, es ist so deutlich, dass man etwas verändert. Also alles wird irgendwie bedeutungsvoller. Also jede Bewegung, die man macht, kriegt auf einmal irgendwas, was eigentlich gar nicht meint oder heißen sollte. Und dann haben wir irgendwie so wie Tics, die wir dann gleichzeitig immer machen. Oder einfach gleiche Sachen. Und das ist verängstigend. Ich glaube, wir kennen uns auch einfach zu gut. Also nicht zu gut. Aber ich glaube, es ist nochmal anders, so intensiv. Und ich glaube, das Lachen ist auch ganz oft so ein Verstecken. So ein, ah, das ist witzig und deshalb ist es jetzt nicht mehr intensiv. Also durch das Lachen. Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der am Ganzen lacht, wenn ich Angst habe. Ich lache einfach. Oder wenn ich irgendwie wütend untertrauche ich bin, dann lache ich auch erstmal. Und vor euch einfach zu heulen. Du hast tatsächlich gerade auch fast geheult. Die Augen waren richtig feucht. So, komm mir. S spike! Komm, 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 komm. Komm! Komm,feed, komm! 1 6 7 15